ich wollte ja oh was bist du okay bolz mal ist kein problem aber mit gott wer bist du denn check mir doch mal aus sieben angriffen verteidigung im cfc will was das mit der wrong cloud okay ok doch nicht so schlimm der roma offline gelatina ok warte mal machen wir schon mal den ok was machst du habe ich angst du kannst du okay mir kostbar sind der verkehr in the world der hat mich eben angegriffen oh ok nevermind dann werden wir mal zwei gold okay wir kriegen zwei gold von ihm oh ja da ist der dritte frosch remember i heard you're quite merciful fire human surely you know by by now a monster wears a yellow name when you can spare it what do you think of that very helpful it's bad doors finde das ist ein guter system it is rather helpful remember sparing is just saying you won't fight maybe one day you'll have to do it even if you even if the name isn't yellow huh okay ring 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 hello i just realized that it has been a while since i have cleaned up i was not expecting to have company so soon there are probably a lot of things lying uh about here and there you can pick them up but don't put it on not but do not carry more than you need someday you might see something you really you really like you will want to leave room in your pockets for that oh okay also wir haben keinen unendliches inventar wir haben einfach nur das inventar okay damit kann ich leben so there's just one switch okay und nachher werden hier drei sein aber zuerst müssen wir wieder gegen die selben gegner kämpfen aber zuerst werden wie man ja 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 und jetzt auf einmal kommt ein laser todes strahl des todes okay 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 dann müssen wir doch machen aha da ist der schalter dann dafür können so umgehen hier aber ich werde gerade das ist da da ist irgendetwas kann ich glaube und ich glaube ich möchte dahin wenn ich nicht so blöd dahin zu gehen aber erst wenn ich wieder ansonsten wolltest du werdet heute kämmer dafür bist du der den ich da eben unten gesehen habe okay check okay sechs anrufe sechs verteidigungs serving size one monster dennoch noch meine top bei der usda okay ich glaube denn da ist eine schlechte idee dann drehen wir doch ein bisschen plan ist kein tag da mich sagt richtiger okay hier soll ich noch mal genau die patty stomach vegetal hält die mir in jahr gar nichts nein ich hasse doch ich glaube das ist was wir machen müssen okay ich habe ein grünes bekommen okay okay jetzt können wir ja und ich habe viel gold bekommen net wie viel geld haben wir jetzt ich warte bis ich 18 h und dann gebe ich auch den großen spinnen ein zuhause und ich wollte nach unten nach unten nach unten zudem hier bist du okay wieder ja ganz kein tag damit sagt der richtige ja wahrscheinlich wird wieder das ist das ist anders okay noch rechtzeitig das ist schön okay und jetzt können wir ins waren da unten scheint nichts zu sein und wir brauchen immer noch vier gold für das ja soviel dazu naja wir brauchen wegen jams baby laser todes strahlt doch nicht okay das ist gut und jetzt noch mal so zwei gold brauchen wir noch okay ich finde es nicht unbedingt schade das ok aber so ist das wird jetzt nicht der fahrdor ist noch ein exit sind die markt rotation in perspective was soll das jetzt damit gemeint sein ja da sind sie wieder springen abends jay springen abends dann der raun denn studium jose bau und dann wieder jetzt haben wir 18 oder wir haben 18 gold wunderbar ja ich will nur gucken was ist hier für kann ried das feste bluswitsch jay danke rätsel führer dingens rätsel zwei vegetais das wird schwer sein ich will das gründe essen ja egal ich krieg dass ich nicht hin es ist was bleibt irgendetwas wahrscheinlich sehen wird das contains vitamin a nein okay gut jetzt kann ich ich will gehen ein sparen und farm locally very locally okay dann noch mal noch mal noch mal und noch mal und hier heilung okay er ist wieder okay welche teils hier feuer auf okay acht gold wir haben acht gold bekommen leute hier ist ja der blaue schalter wir ohnehin richtig gehen also das sehen wir einfach nur noch nicht vielleicht ist da was ja 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 das kann sein aber ich will aber ich bin zurück ich will ich bin noch ein zuhause da war oder nicht da war die bäckerei das war das spinnenhaus und in der bäckerei haben die sachen gemacht wenn ich mich richtig erinnere keine ahnung mal gucken aber zeit im spinnen mein geld zu geben mein geld aus dem felsen daraus zu schmeißen sonst bei das kaut dann geführt jack 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 ich sehe schon das spiel wird mir sehr viel spaß machen sehr viel spaß und trotzdem was ist da unten wo wirst du die vorne feldet rüber und da ist auch wieder jemand da waren wir unser geisterfreund und die beiden wieder okay ja okay ansonsten wieder das und wir werden hier kann ich will einfach mit denen reden ich will ja wir sind nicht mal wie jeder will das füße ein verdor oder hohe nauerkennen geht ab gar nicht nur auf die großen fleikente aber schon jetzt müssen wir nicht ganz wirklassen einfach nur hierhin mal gucken was haben wir hier unten wieder ein von dir wir schaffen das wir haben schlimmeres hinter uns im massen des wortes doppelt so schlimm ist ja ja ich will dann gibt ja okay dann nicht und jetzt noch mal so lange der nämlich nicht gelb ist ist noch nicht alles okay den kriege ich nicht mehr weil er das lange noch mal okay dann drehen wir mal den okay reden scheint nichts zu tun vielleicht müssen wir doch das ja wahrscheinlich müssen wir doch das grüne einsammeln video greens ja das ist gut nein das hat der zauber gemacht okay aber jetzt ist er okay er hat ein bisschen lächeln und gibt uns hier gold luchs dronia wirst du denn 66 don pick on him family name eyewalker okay christophil kann wie okay das hat er getan das ist gut irgendwas sagt mir dass die wobei ich denke ich habe ich habe die theos hier hat das ist ich habe den blauen gerückt okay noch mal dann pick on wo was machst du jetzt das creepy haben damit okay aber wir können jetzt auf nötigen und wieder fünf gold kriegen jetzt kriegen wir viel geld ausgerechnet aber seit wann kommt der gegner weil ich hatte meine ich hatte meine vermutung nothing happened was ist wenn wir die anderen benutzen nothing happened aber gegner kommen und ihr schon wieder okay ach ja ihr beiden hier beiden ja macht mich ja voll fertig kriegen ja mal langsam wirklich viel geld das wird besser yes nothing oh das vielleicht ein warte mal ich habe mir doch ich habe mich doch gerade eben gefragt da war doch eben so ein schacht können wir da durch den schacht gehen können wir da durch können wir nicht irgendwo hier muss was ja 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 soviel zu ich kann das soviel zu ich kann das nicht so nervt nicht freundchen du oder du bist okay war es zumindest richtig war es richtig vielleicht von dieser seite aber es ist doch der blaue schalter oder nicht genau das da was er bloß wird behalten okay dann halt ebenso willst du jetzt von mir ich habe ein rietes beste red switch und schon wieder jetzt kommst du auf einmal okay dann aber die oma meint warum müssen wir das an kontroll zu ihm etwa oder sich nicht gut okay dann geht das war ja ich will das nein ich würde es nicht haben ich habe hier irgendwie nicht gern was mit dir kann ich mit dir reden i don't care oh nein der ist jetzt böse wenn ich dem bleiben vielleicht okay ich muss wahrscheinlich zuerst das gemüse wegkriegen damit ich das war aber wenigstens habe ich das grüne ding bekommen jetzt jetzt kann ich so nothing like alone time wenn ein anderer gegner bei ihm ist dann ist er böse okay das ist das ist ein guter gegner das ist ein gutes gegner zu sein ich habe das bild so jetzt wird äh ist da ist das wird ihr klicken sound ja weil ne doch mal macht er das nicht weil da war doch da war doch was ich weiß ich weiß oh knashes ist okay das heißt glücklich ist so wie es aussieht wie viel Geld haben wir jetzt 41 oh Gott ich will ich will nicht weiter kämpfen so if you greet this press the green switch wir haben kein wenn die zeit käme auf die ah nein okay ich 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 esse doch mal ins beinahe ich werde dauern hat ich will ich will auch nochmal sicher gehen ein an genau war blocken die man kann ihn ja sondern verwerben nieder mit allem anderen zeit für das gemüse das das brauche ich und das war auch so wie ist der best oder sowas wahrscheinlich so ich wollte jetzt eigentlich nur noch dieses rätsel machen so irgend ist es wahrscheinlich irgendwie hinter dem ding hier oder ist es für die ich wusste es doch warte mal kurz das ist aber so real naja egal ähm ich würde sagen ich habe genug aufgenommen jetzt gerade für den zweiten part der sind war ja halb so lang aber das hatte ja seine sonde deswegen würde ich sagen vielleicht halte ich den hier auch in zwei teile dann ist das jetzt der dritte part den ihr jetzt gerade seht wer weiß ich denke ja scheint nett zu sein wobei ich will noch zu einem speicherpunkt sicherlich ne ja ich will noch zu einem speicherpunkt dann suchen wir diesen doch mal schnell weil soweit kann jetzt wohl auch nicht entfernt sein weg doch ja ich habe gesehen oh 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 da will man gerade in part benden die finn der Oh, okay, die Toi Knife, okay. Ich wollte gerade schon sagen, aber es ist schon ein Hintergrund. Es ist ein schöner Hintergrund, oder so. Vielleicht war es ja am Balkon, oder so. Was ist es, wenn es hier... Oh, dear, das, äh, das took longer, than I thought it would. How did you get here, my child? Are you hurt? There, there, I will hear you. I should not have left you alone for so long. I was, it was, it was irresponsible to try to surprise you like this. Uh, well, I suppose I cannot hide it any longer. Come, small one. Okay, aber ich mag diesen Baum hier. Every time this old tree grows on any leaves, they fall right off. Okay. Der sieht auch interessant aus, der Baum. Ja, Speicherpunkt, darauf hab ich gewarten. Seen seit der Kiel-Tidy-Haus in der Ruins. Give your Determination. Yes. Okay, jetzt haben wir gespeichert. Und, ich würde sagen, was ich vor einer Minute gesagt habe, oder so. Danke für's Zuschauen, weil es euch noch was gefallen hat. Finde ich cool. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute. kostenlos, keineQuery. Ach, ja. Deine Ger이는 war Helho gek Logge.